So, da sind wir schon direkt bei der zweiten Aufgabe, nämlich Berge die Nachricht des Paradigmas aus der Blackbox. Mal gucken, wie viele Leute jetzt da landen, eben bei der Hütte, da sind hier direkt sechs Leute gelandet, die habt ihr eben gesehen, direkt einen One-Pump-Headshot bekommen, wunderbar, schmeckt. Aber für alle die, die nicht wissen, was man machen muss, man muss halt eben hier oben an der Hütte landen und danach muss man zu dieser Blackbox hier gehen. Er geht, glaube ich, zum Dings, das ist schon mal nice, weil, ihr wisst ja, Gegner sind nie gut, wenn man schnell einfach nur eine Aufgabe machen will. So, dann würde ich sagen, direkt ab da runter, ich setze mal da unten bei dem Kistchen, genau, da müssen wir hin, zack, also einfach ganz entspannt Nachricht holen, zack, nochmal 25.000 XP, einfach geht's eigentlich nicht. Ich denke mal, es wird jeder von euch schaffen, ihr seht, wo ich bin, aber das Ganze ist ja auch auf der Map markiert. Wem ich trotzdem damit weiterhelfen konnte, natürlich gerne ein Like da lassen, wenn auch kein Abonnent ist, gerne auch ein Abo raushauen, mal gucken, ob wir den hier weggeholt kriegen. Natürlich nicht, Achtung, jetzt kommt die nächste Blamage, weil nur Pump ist natürlich assi. Kommt er nochmal wieder? Nö, er fährt einfach weiter. Kann auch sein, dass er einfach nur ein Bot war. Also, in dem Sinne, euch noch viel Spaß mit den Aufgaben. Wie gesagt, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen, gerne auch ein Kommentar, ihr wisst, Algorithmus. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns mit der nächsten Aufgabe und haut rein.